Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Natururin ist am Sonntagabend abgereist und er hat mir eine Menge Pfand hinterlassen. Und zwar So viel Pfand hier. In diesen beiden Tragetaschen sind nur Glasflaschen drin. Und in diesem Video werde ich die ganzen Glasflaschen abgeben. Ich bin gespannt wie viel Geld ich dadurch machen werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, ist in den Tragetaschen wirklich nur Glas drin. So, jetzt gebe ich die Pfandflaschen hier beim Rewe ab. Los geht's. Sort habe ich auch. So viel Freunden hat sie gesehen. Oh vaforest! flap Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020